Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zum Tal Hagelswil. Einfach nur spielen, frohes Fest, frohe Weihnachten, frohe Feiertage. Ja, weiter geht's mit einer Runde Medieval Dynasty. Ich war dabei, das Dorf auszubauen. Und ja, weil ich jetzt halt über Weihnachten auch meine Eltern das erste Mal seit sechs Jahren wieder hier bei mir habe. Das habt ihr gerade am Speicherdatum gesehen, bin ich jetzt fleißig am Vorproduzieren. Und ja, es ist wirklich Viertel nach eins in der Nacht. Aber egal, ich bin noch fit. Eine Folge geht noch. Und daher, auf geht's. Ich brauche nur Steine. Und ich brauche einen Hammer, fällt mir gerade so ein. Holzhammer brauche ich, Holzstamm und Stöcke. Stöcke. Stöcke 5. Schnell zurück, bevor ich wieder zu schwer werde. Wie sieht das Dach so komisch aus? 10 Stöcke. Okay. Dann noch 5. So, jetzt. Wäre auch schön, wenn der etwas mehr Haltbarkeit hätte. Okay, keine Bretter, keine Stämme. Und noch Steine. Und noch Steine. So, jetzt meine Crouch. So, jetzt. Bisschen. Wie sieht das? Oh, eigentlich hättest du jetzt Hunger. Du könntest dir ja was zu essen machen. Mal guckst du auf die Uhrendeck so. Nein. Also ja, aber nein. Halbe Stunde später stehst du in der Küche, nachdem du 10 Minuten im Bett gelegen hast. Und machst dir irgendwas Leckeres. So Rührei oder so. Also nicht, dass ich das jemals gemacht hätte. Also. So nachts um halb drei im Rührei. Nein. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ein Stein fehlt. Ist klar. Hm. Erledigt. Und nun? Wieder schwere Zeug. Der Vorteil ist, wenn ich leicht überladen bin, komme ich nicht auf die Idee zu rennen und habe die Ausdauer dann hier fürs Bauen. Wie die Flechtwand. Das soll eine Steinwand werden. Also noch eins. Zwei. Jetzt sind es noch vier Stämme. Holzstamm. Damit kann ich noch rennen. Goll. Jetzt füllen wir noch die Bretter, oder? Ja. Da ist auch nichts mehr. Bretter. Bretter. Hab ich oder muss ich? Bretter. Nicht mehr genug. Zwölfstück. Zwölfstück. Verdammt. Nicht mehr. Sech. Zehn Stück. Größend. Hab ich. Oh. Oh. Herr. Oh. 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 Dann nehmen wir uns mal die Axt mit, einfache Eisen-Axt und wieviel Hohenstämme kann ich noch. Das ist zu viel. Ich möchte ausnahmsweise mal in der Lage sein dahin zu laufen. Auch wenn ich keine Kondition mehr habe, habe ich noch was zu essen? Entschuldigung, falsche Hütte. Das sollte mal wieder für einen Moment reichen. Der Junge ist fleißig am Arbeiten. Entschuldigung, ich müsste da mal kurz ran. Neun? Neun Bretter, wieviel gibt's denn das? Zwei Bretter? Es sind nur 18 Bretter, die ich daraus kriege. Oh Gott. Das wird ja spaßig. Habe ich gerade für das eine Dach zwölf Bretter gebraucht? Baue ich schon wieder Endgame? Mal guckt euch das mal an. Das sieht doch aus, als würde sie jede Sekunde auseinanderfallen. Nee, das ist so schräg. Ja gut, lassen wir das. Komm, atme erstmal durch. Und hier brotzt noch vier Steine. Der Hammer fällt auch gleich auseinander. Da kann ich mir direkt Neuen bauen. Also, ich brauche jetzt mal die Sterne. Vier Stück waren das. Und für das andere Haus. Ne, bin ich nicht. Ach, hier drin auch noch. Ja, moin. Drei Stämme noch. Das war ein bisschen viel. Habe ich jetzt noch die Äste dabei? Nein. Also Stecken. Zehn. Ich habe halt keine Lust, zehnmal zu laufen. Also, zweimal hier anklopfen. Weiter geht's. Und schon geht's weiter. Zwei, zwei, drei. Einfaches Haus abgeschlossen. Ja, muss ich nachher schlafen. Damit das meins ist und ich aus dem anderen raus bin. Also Steine. Also, ich bin jetzt hier. Auf jeden Fall gleich noch gucken, dass ich noch Steine sammle, bevor der Wind da rum ist. Meistens mäßig sieht es ja noch ganz gut aus. So, das war's. Leer. Wo hab ich denn die neuen Steinpfeile hier? Achso, weil das, ja okay, gut. Also noch mal ins Wasser, was trinken, Steine sammeln. Wasser ist jetzt sauber. So, ich werd das jetzt so machen. Zeit drängt. So, einmal hier hin, einmal da hin. X, E, F. Damit den Stapel mal abgelegt. Aber direkt am Weg, so dass ich ihn einfach wieder finde. Jetzt noch einmal das Inventar ansatzweise voll. Dann sollte ich genug haben, hoffe ich. Sollte ja irgendwie funktionieren. So, voll. Dann schau. Wo sind wir bei der Wind하게. So. So. Dann schau. Puh, Tuck. 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 Sollte es echt genau aufgehen? Tatsächlich. Da bräuchte ich einen Holzstamm. Einen Holzstamm und sechs wahrscheinlich fürs Dach sind sieben Holzstämme. Und dann die ganzen Bretter und die Holzstämme. Ich sehe schon, wenn es so weitergeht, wird da auch noch ein zweiter Mann für benötigt für den Job. Oh, da habe ich doch was übersehen. So, jetzt noch die Giebelwand. Und innen ist schon fertig. Ja, brett, 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 brett. Alles nur noch brett. Und der Zwischenboden ist drin. Sehr gut. Essensmäßig passt das auch noch. So, wieder ein paar Steine auf dem Lager. Komm, ich muss nicht so viele Falte mit schleppen. Und wie viele Stämme kriege ich mit? Dann aber bitte diese wieder ausrüsten. Danke. Ach ja, die muss ich auch noch fertig machen. Was kriegst du denn? Holzstamm, Stamm, Stamm, Stamm. Oh mein Gott. Drei, sechs, zehn. Zehn Stämme noch. Komm, zu einem. Poszen, Stamm, 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 Stamm. Und jetzt eine ganze Zeit. Und dann können wir jetzt aber auch noch ein paar Haufen gehen. Schauen, jetzt wir es wieder an. Und jetzt machen wir, was wir jetzt sagen. Und jetzt schauen wir uns, was wir sehen. Das war jetzt hier. 4 stück 5 stück 5 stück 6 stück 6 stück 6 stück 6 stück 7 stück 7 stück 7 stück 8 10 11 ein paar Arbeiten abgeschlossen Grabungsschuppen fertig 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 18 19 20 18 20 20 22 22 22 22 23 24 24 Grabungsschuppen, Slot zuweisen, Gewinnung. Oh mein Gott, sag mir bitte, dass ich das nicht. Grabungsschuppen, also Stein sollst du, Stroh sollst du, ja 10% Kalkstein, Spitzhackel, Tone Schaufel, wie war das lustig, weißt du was, lass das mal, konzentrier dich nur auf Stein, erst mal. So, und dafür brauchst du nur Spitzhackel, sehr schön, danke. Wieso geht der jetzt hier weg? Weil es dunkel wird, ok. Ja, das sieht doch mal nicht verkehrt aus. Jetzt schnell, bevor die Zeit um ist, kriegen wir das Dach noch fertig? Nein, ne? Nicht, wenn das 9 kommt. Das geht ja gar nicht. Null. Null Bestand. So, es ist hier noch drin, was da rüber kann. Ein Stückchen. Feder. Das war's. Die Bretter habe ich nicht mehr viel. Oh, zwei zu viel. Ja genau, die Bretter werde ich ja gleich direkt ans Dach legen. Dann sind die auch weg. Dann kann ich noch einmal Holz machen und dann lege ich mich ins Bett. Dann ist die Jahreszeit rum. Und wir sind mit der Folge dann auch durch. Ich habe den Winter überstanden, aber so. Habe ich, Idiot, jetzt wirklich hier eine Scheune gebaut und hier eine Scheune gebaut? Ja, habe ich. Kein Kommentar. Eigentlich wird nur kein Kommentar. Zehn Stück waren das. Das klappt ja hervorragend. So, hier müsste jetzt eine Spitzhacke rein. Und habe ich nicht dabei eine Spitzhacke. Immer. Also nochmal 14 Bretter. Damit könnte ich noch ein Dach fertig kriegen. Knapp aber noch da. Und dann geht's im Frühling wieder Richtung Quests. Auf jeden Fall brauche ich einen, der mir die Werkzeuge baut. Dass immer Werkzeuge da sind. Ja, ihr habt jetzt alle keine Werkzeuge. Ist klar. Da. So, ihr habt jetzt darüber. Und ich brauche. Dank. Ich hab dich auch ein bisschen. Den Knie. Heine Jungen? Musik, du guckst, du guckst. Ich hab dich auch ein bisschen berühmten. Das ist dasід ... lehre die truhe so danke jetzt geht es mir besser produziert produktion also doch die schmiede als nächstes hier geht schon alle nach hause ich gehe gleich auch das haus ist auch bald fertig ja das war's gut als reminder für mich dass das dass das dass das und hier hinten wo meine produktionsstätten sind da kommt dann jetzt noch gebäude produktion schmied in gut dann sage ich danke fürs zusehen da ist die kamera danke fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst gerne den daumen nach oben da und wenn ihr noch nicht habt ein abo auf dem kanal unten kurzen komment für den youtube algorithmus hilft extrem danke macht's gut hohe festtage weiterhin wenn denn so weit ist was kann ich wann kommt die doch ist eigentlich schon um weihnachten sein ja also dann macht's gut ciao